Die Aufgaben während meiner Lehre sind mega vielfältig, vor allem im Online-Bereich. Hier betreue ich die Webseite, habe Kontakt mit Redaktionen, Inhalte auf die Webseite, Hader für die Webseite designen oder Videos für Social Media schneiden. Also mega viel Verschiedenes. Es gibt mega viele verschiedene Sachen, die ich am liebsten mache. Sehr cool finde ich aber, wenn man bei grossen Projekten wie z.B. bei der SRF App mithelfen darf und dann seinen Beitrag dazu leisten kann. Ich habe mich für die Lehre bei SRF entschieden, weil es mega viele coole Aufgaben da gibt und man als Mediamatiker eigentlich immer bei Sachen mithilfe, die dann auch effektiv eröffentlicht werden. Also ich habe gemerkt, wenn man die Lehre als Mediamatiker machen will, dass es gar nicht so wichtig ist, wie viel Kenntnis in diesem Bereich man schon im Voraus hat. Viel wichtiger ist, dass man wirklich interessiert ist und das gerne macht und auch bereit ist zum sehr viel Neues lernen. Ich bin Philipp, ich mache etwas mit Medien, ich bin Mediamatiker bei SRF.